Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MakeFinance. Mein Name ist Manuel Kempf und ich habe dir heute eine Kfz-Zulieferer-Aktie mitgebracht, welche unabhängig vom Erfolg der Elektromobilität begeistern kann. Die Aktie kommt aus Italien, schüttet seit mehreren Jahren eine Dividende aus. Wir gucken uns zusammen die fairen Werte der Aktie an und ich sage dir mein Fazit zu dieser. Und nun viel Spaß dir beim Video. Das Unternehmen wurde im Jahr 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Curno in Italien. Brembo ist bekannt für seine Hochleistungsbremsscheiben, Sättel, Belege und Systeme. Ausgerüstet werden sowohl Sportwagen, Motorräder, Nutzfahrzeuge und Rennwagen. Die bekanntesten Kunden sind Ferrari und Porsche. Das Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung von Carbon-Keramik-Bremsscheiben, die für ihre leichte Bauweise und hohe Temperaturbeständigkeit bekannt sind. Der CEO ist Daniele Schilaci seit Juli 2019 zu Vorweiher in leitender Funktion bei Nissan tätig. Und bei Brembo arbeiten 13.654 Mitarbeiter. Das Geschäft lässt sich in zwei Sparten aufteilen. Den größten Anteil mit 85,1% macht der Bereich Discs, Systems und Motorcycle. 14,9% werden im Bereich Aftermarket Performance Group erzielt. Wo werden die Umsätze erzielt? Am meisten Umsatz erzielt man in der Region Nordamerika mit USA, Kanada und Mexiko. Das sind 27,6% vom Umsatz. Gefolgt von Deutschland mit 19,4%. China 14,1%. Sonstiges Europa 12,9%. Italien 9,3%. UK 4,8%. Indien 3,6%. Frankreich 3,3%. Und sonstige machen noch 5% vom Umsatz aus. Wie sieht die aktuelle Gewinn- und Umsatzentwicklung bei dem Unternehmen aus? Beim Blick auf die Gewinne in Orange fällt auf, dass diese langfristig betrachtet am Steigen sind. Der Free Cashflow in Ocker ist schwankender, jedoch ebenfalls am Steigen. Eine Dividende wird bezahlt, das siehst du an den blauen Dividendenbalken. Und diese kann aus dem Free Cashflow bedient werden. Beim Blick auf die Umsätze fällt auf, dass diese langfristig betrachtet am Steigen sind. Und die Nettomarge, das ist die grün gestrichelte Linie, ist zuletzt gefallen und liegt derzeit bei 7,8%. Wie sieht die aktuelle Verschuldungssituation aus? Die verzinste Schuldenquote, das ist die rote Linie, hat sich zuletzt wieder verbessert und liegt bei 22%. Die Gesamtschuldenquote, das ist die rosa Linie, die hat sich ebenfalls zuletzt verbessert und liegt bei 48,2%. Rambo besitzt nur eine kleine Position an Goodwill in der Bilanz. Somit ist das Abschreibungsrisiko hier überschaubar. Beim Blick auf die Aktienrückkäufe fällt auf, dass eigene Aktien die letzten Jahre immer wieder zurückgekauft worden sind, was für Aktionäre positiv zu werten ist. Schauen wir uns die faire Bewertung von Rambo derzeit an. Beim Blick aufs Jahreschart fällt auf, dass wir durch die Earnings das Jahrestief getestet haben. Investoren, die seit einem Jahr investiert sind, haben einen Kursverlust von 20,8% mit der Aktie erlitten. Die aktuelle Marktkapitalisierung kommt auf 3,3 Milliarden Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell mit 11,1 unter dem 10-Jahres-Schnitt von 14,9. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt aktuell mit 0,83, ebenfalls deutlich unter dem 10-Jahres-Wert von 1,25. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre kommt auf 9,8% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre beträgt 8,7%. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,92%, wurde seit 3 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cash Flow von 43,5%. Gezahlt wird die Dividende einmal im Jahr, das Unternehmen kommt aus Italien und ist in der Branche der zyklischen Konsumgüter und hier im Bereich Autoteile tätig. In TraderFox ist die Aktie leider nicht enthalten. Schauen wir uns die Aktienbewertung im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf der Dividende liegt diese bei 0,96, auf dem Umsatz ebenfalls bei 0,96 und auf dem Gewinn bei 0,91. Das Maximum liegt bei 1,0. Die Bewertung nach dem Fair Value bereinigt in Orange liegt bei 12,97 Euro, der Fair Value der Dividende in Blau bei 11,54 Euro und der Fair Value des Umsatzes in Grün liegt bei 11,15 Euro. Aufgrund der Stabilitätszahlen eignen sich alle fairen Werte zur Bewertung der Aktie. Die Brembo-Aktie ist gemäß des Aktienfinder.net derzeit unterbewertet. Gucken wir uns die Dividenden-Historie an. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 2,92% und der 10-Jahres-Durchschnitt liegt lediglich bei 1,97%. Die Einstiegs-Dividendenrendite war auf Sicht von 10 Jahren selten so attraktiv wie derzeit. Besonders in Phasen deutlich über den Mittelwert ist ein Kauf der Aktie lohnenswert. Kommen wir zu meinem Fazit zur Brembo-Aktie. Brembo ist als Zulieferer im Bereich Hochleistungsbremsen weltweit aktiv und zukunftsfähig aufgestellt. Die Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität aus und wird bei prestigeträchtigen Kunden wie Ferrari, Porsche oder auch Aston Martin eingesetzt. Dadurch besitzt das Unternehmen einen gewissen Burgraben. Die Dividenden-Einstiegsrendite ist derzeit attraktiv wie selten in den letzten 10 Jahren. Es gibt derzeit 2,92% Dividende und das Wachstum auf 10 Jahre liegt bei 12,6% pro Jahr. Der Free Cashflow wächst weiterhin und somit sollten weitere Dividendensteigerungen in der Zukunft möglich sein. Die größten Risiken Besonders im hochpreisigen Segment ist man vertreten. Das Unternehmen muss seine hohe Qualität halten und sein Image und somit auch die Preise für seine Produkte auch in Zukunft sichern zu können. Die Elektromobilität hat nur einen geringen Einfluss auf die Produkte von Brembo. Da auch in Zukunft Autos und Motorräder wohl gebremst werden müssen. Oder was meinst du dazu? Zu beachten ist die Quellensteuer in Italien. Da diese mit 26%, von denen nur 15% anrechenbar in Deutschland sind, höher ist als bei anderen Aktien. Die Aktie ist gemäß des Aktienfinder.net derzeit unterbewertet. Schreib mir deine Meinung zum vorgestellten Video gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Channel kostenlos abonnierst, das Video bewertest und es mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich wünsche dir gute Investments und bis zum nächsten Mal. Ciao!